Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du es hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen Der Skyline ist da am Start Und dann soll ich da keine Runde Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Ha! Zum ersten Mal komplett alles richtig durchgerattet Okay, ähm Große Freude Drücken gleich A Spiel an Im Kampf gefallen Und die Yaya ist im Kampf gefallen Naruto weiß von all dem noch nichts Und unternimmt eine Mission In Konoha Ja, äh Wir haben letztes Mal Jiraias Tod Durchgespielt Eine sehr Weiter Traurige Angelegenheit Wie ich meine Und, äh Wir unterhalten uns mal ein bisschen gerade hier Oink Fliege, glatt in der Rute Ui Auch ein Schwein Ui sagt Geht zum Konoha-Wald Dort ist der Treffpunkt mit dem Kunden Ihr schlägt irgendwas quer im Hals Was ist das für ein Clown? Hokage Raum Ninja Wenn er nicht da ist Du kannst dir Flashbacks und ähnliches ansehen Indem du mit dem Konoha Ninja im Hokage Raum sprichst Wenn er nicht da ist Versuch in der Geschichte weiter zu kommen Bis er wieder zurück kommt Brauchst du was? Sag mir einfach Bescheid Wenn du irgendwas wissen möchtest Story-Ansicht Yay! 0-3 Ninja-Weg starb Du hast alle Story-Auszeichnungen gesammelt Kunst des Tausches hinzugefügt 30 Gamescore-Punkte Letztes Kapitel Oh, wir spielen hier das letzte Kapitel Das ist aber schade Das heißt, das Naruto Let's Play ist auch bald vorbei Das ist aber nicht cool Was machen wir denn dann? Ich weiß es nicht so genau Flashbacks? Das Grund hat jeder Louisiana 10 Jahren noget 塑 Fallout Jen 2023 fat pork ök Ich werde das nicht mehrmals mit, um die Einwanderung zu holen. Nur ein Einwander ist ein Wanderer. Ich werde das Schlechstil und versuche das Schlechstil, aber ich werde das Wanderer um das Wanderer zu sterben. Das Wanderer der Wanderer, der Wanderer, den 4. Hohkange, heißt das Wanderer. Das war was geiteste gewesen, ever. Ich habe keine Hände. Oh, das ist das. Ich danke dir. Du bist! Ich bin der Fall. Was? Wenn du in der Welt einverletzt bist, kannst du in der Welt einverletzt werden. Aber du kannst du nicht mit Freunden machen, ist das ein Verletzt. Das ist ein super... Wie... Wie... Wie cool... Ok, jetzt bin ich die Ausbildung. Alles klar! Ich bin der NINJA! Ich bin der NINJA! 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 Was ist das? Mein Name ist Orochima. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Der Ziel ist dein Ziel, Sasuke. Ich möchte dich. Sasuke! Sasuke! Sasuke-kun. Du solltest mich immer. Du solltest mich immer. Du solltest mich immer. Du solltest dich wiederkommen. Ich hoffe, du solltest dich wiederkommen. Da hat er das Fluch mal bekommen. Sasuke Ushia gegen Gara Osunagakuro. Zur Überwindung von Garas ultimative Verteidigung explodiert Sasuke Ushias neues Jutsu. Sasuke! Du solltest mich nicht verletzen! Okay. Die Leute aus dem Spiel. Du solltest mich fühlen. Du solltest mich nicht verletzen. Du solltest mich nicht verletzen. Du solltest mich nicht verletzen. Es ist ein bisschen verletzt. Okay, total interessant. Während Sasuke und Gara noch kämpfen, beginnt Orochimaru seinen Zerstörungsplan umzusetzen. Der dritte Hokage stellt sich seinem ehemaligen Schüler in einen Kampf, der Himmel und Erde erschüttert. Das ist eine gute Wurzung. Der dritte 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 Wurzung. Ich möchte mich nicht mehr auf den Weg bringen. Ich möchte mich nicht mehr auf den Weg bringen. Das ist egal, was ich? Ich habe mich sowieso generell, warum Oshimaru ähh... Ja... Da jetzt so ankämpft. Also warum er das um ihn zerstören will Kunor. Wie viele sind denn das? 15 Stück? Ja, wir machen mal. Sind das noch sechs Reihen? Drei Reihen, ein Stück. Machen mal die ersten zwei Reihen, dann reicht das glaube ich erstmal, oder? Das gucken wir uns nochmal später an. Was ist denn, Zalutobi-Sensei? Ich habe noch ein Gefühl, dass ich mich aufhören kann. Zalutobi-Sensei. ... Was? Der Kieler der Kieler, der ich in diesem Jahr wiederhole. Der Kieler der Kieler, der mir meine Hüteren... Der Kieler der Kieler, der Todesmügel ist. Badass Motherfucker! Okay, es reicht erst mal. Nee, ich will kein Upcome. Ist das alles? Na gut, bis später. Was für eine Mission es auch immer sein mag. Ich werde sie erledigen. Ja, beginnen wir jetzt eigentlich mit der Mission. War ja sehr schön, dieser Rückblick. Wir gucken uns dann später mal den Rest an. Würde ich jetzt mal vermuten. Von dem haben wir immer noch nicht alles gesucht. Dem müssen wir immer auch die verfluchten Puppen zurückbringen. Was eigentlich mal ganz interessant wäre, diese zu er... Du bist auf einer Solo-Mission, oder? Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich muss etwas für meine Lehrerin erledigen. Das überlasse ich dir, ja? Auch erinnere den Kunden bitte nicht. Hier, das wäre ein super Geschenk für Sakura. Ja, komm, schick mir mal. Hm, für mich? Danke. Äh... Freude. Ähm... Sei! Haben wir hinten noch einen Dödeln? Versprich mit ihm. Ich weiß, dass ich... ...dass ich dir bei deiner Mission helfen sollte, aber mir ist etwas Dringendes dazwischen gekommen. Tut mir leid, Mann. Ich hatte gehofft, wir könnten einander besser kennenlernen. Hier, das wäre ein super Geschenk für Sei. Ja, gib mal. Ich bin in solchen Dingen nicht sehr bewandert, daher weiß ich nicht recht, was ich jetzt sagen soll. Ich hoffe, ein Danke reicht aus. Siggi, digi! Passt schon! Ähm... Wo kann ich denn? Wo kann ich denn? Wo kann ich denn? Wo schaue man denn mal nach? Sammlung, Musik, Bosskampf, Szenen, ja, ist klar. Wo kann ich denn mal jucken? Wo ich die... Ähm... Verfluchten Puppen finde. Da so mal zwei, drei Stück mal so sammeln und mal... Zerschmettern wäre mal gar nicht so schlecht jetzt. Ergebnis bestätigen. Aufträge prüfen. Perlen, Tontons Perlen. Kampfspektakel, äh, Tatel. Verfluchte Puppen. Ich möchte aber... Steckbriefliste! Sei! Eine Kopie von Tsai wurde... Wurde bei Orochimarus, äh, Versteck gesichtet. Schalte sie aus und hol dir danach die verfluchten Puppe. Sie ist mit einer anderen... Kopie zusammen. Vorsichtig. Ah, okay. Mit welcher ist sie denn zusammen? Mit... Yamato. Dann würde ich mal sagen... Wir brechen mal... Wir brechen mal... Wie kann ich denn da markieren? Kann ich gar nicht, wa? Okay. Äh, ne, wir begeben uns einfach mal und machen mal so zwei, drei, äh, Typen davon fertig, würde ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, kann ich die jetzt eigentlich mitnehmen hier? Ich habe gehört, aber ich glaube ja nicht, dass du mich jetzt schlagen kannst. Mir wird garantiert noch was Besseres einfallen. Du wirst schon sehen. Hi, ihr Labert. Ey, ich habe gehört, du hast noch ein Jutsu gelernt. Aber ja, okay, das kennen wir. Den kann ich jetzt nicht mitnehmen. Okay, die werden wir jetzt mal nicht alle ansprechen. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen genug rumgedödelt. Mit Zeit, dass wir uns mal jetzt ein bisschen in die Action wagen. Und ich will ja auch das Spiel noch ein bisschen hinaus zögern. Daher suchen wir gleich mal, ähm, Urushimarus Versteck, wie gesagt, auf. Ähm. Weltkarte. Ich muss zum Konoha-Wald. Tönliche Brücke Urushimarus Versteck. Ich muss in den Konoha-Wald laufen. Das Problem ist, dass wir dann wahrscheinlich direkt auf... Guck mal, hier könnte Tontons Perle sein. Tontons Perle. Ein Schweinezeichen drauf. Ja, sehr schön. Alles.